DW Deutsch lernen mit Nachrichten Montag, 24. Juni 2024, 9 Uhr in Deutschland. Baerbock reist nach Israel und ins Westjordanland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag erneut nach Israel und ins Westjordanland. Nach ihrer Ankunft in Tel Aviv hält sie nach Angaben des Auswärtigen Amts einen Vortrag bei einer Sicherheitskonferenz in der Stadt Herzliya. Am Dienstag sind dann Gespräche mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz in Jerusalem und dem neuen palästinensischen Regierungschef Mohammed Mustafa in Ramallah geplant. Ein Treffen Baerbock mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist bislang nicht vorgesehen. Bei den Gesprächen der grünen Politikerin wird es neben dem Israel-Hamas-Krieg und der humanitären Lage im Gazastreifen auch um das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung gehen. Zudem soll die derzeit besonders gefährliche Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zur Sprache kommen. Zahlreiche Tote nach Anschlagsserie in Dagestan Nach den tödlichen Angriffen auf Gotteshäuser und einen Polizeiposten in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan sprechen die Behörden von einem Terroranschlag. Diese wüssten, wer hinter den Attacken stecke, teilte Dagestans Gouverneur Sergei Mielikow mit. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand. Bei den Gewalttaten in den Städten Dierbjent und Makhatschkala wurden laut Mielikow mindestens 15 Polizisten sowie mehrere Zivilisten, darunter auch ein Priester, getötet. Sicherheitskräfte hätten sechs der bewaffneten Angreifer erschossen. Ziel der Attacken waren zwei orthodoxe Kirchen, eine Synagoge und ein Kontrollpunkt der Polizei, wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti unter Berufung auf die Nationale Antiterrorbehörde meldete. Das islamisch geprägte Dagestan ist eine der ärmsten Regionen in Russland. Krankenhaus in Darfur gerät unter Beschuss. In der umkämpften Stadt Al-Fashir im Sudan ist nach Angaben einer Hilfsorganisation eines der letzten noch funktionierenden Krankenhäuser von Geschossen getroffen worden. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, die Lage in der Stadt sei katastrophal, Hilfsgüter könnten nicht geliefert werden. Menschenrechtler berichteten von Dauerbeschuss. Geschäfte würden geplündert und vor allem Frauen und Mädchen seien Gewalt ausgesetzt. Seit April 2023 kämpfen die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces, RSF, um die Macht in dem 44 Millionen Einwohner zählenden Land. Der UN-Sicherheitsrat hat ein Ende der Kämpfe gefordert, was beide Seiten ignorieren. Deutschlandbesuch Milléis von Kritik und Protesten begleitet Begleitet von Protesten hat der argentinische Präsident Javier Milley seinen zweitägigen Deutschlandbesuch absolviert. Beim Treffen am Sonntag in Berlin sprach Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, Milley auf die Folgen seiner Reformpolitik für die argentinische Bevölkerung an. Scholz habe unterstrichen, dass aus seiner Sicht Sozialverträglichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtige Maßstäbe sein sollten, hieß es aus dem Kanzleramt. Am Samstag hatten hunderte Menschen in Hamburg gegen die Verleihung der Medaille der wirtschaftsliberalen Hayek-Gesellschaft an Milley protestiert. Der seit vergangenem Dezember regierende Rechtspopulist Milley hat Argentinien eine Schocktherapie verordnet, mit der er die galoppierende Inflation in den Griff bekommen will. Kritik an Vorstoß zur Ausweisung arbeitsloser Ukrainer CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erntet für seinen Vorschlag, arbeitslose Ukrainer zurückzuschicken, Kritik von SPD und Grünen. Die Parteivorsitzende der Sozialdemokraten Saskia Esken sagte der Augsburger Allgemeinen, Aufgabe von Politik sei es nicht, Forderungen auf dem Rücken von ukrainischen Geflüchteten in die Welt zu setzen. Der Hauptgrund dafür, dass Ukrainer keine Arbeit hätten, seien fehlende Kindergarten und Hortplätze. Grünen-Chef Omid Nouripour kritisierte, die Unterstellung, die Ukrainer kämen wegen des Bürgergelds nach Deutschland, verkenne das Grauen des russischen Angriffskrieges. Deutschland nach Unentschieden gegen Schweiz Gruppenerster Die deutsche Nationalelf hat sich bei der Fußball-Europameisterschaft den Sieg in der Gruppe A gesichert. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich aber gegen die Schweiz mit einem 1 zu 1 unentschieden begnügen. Nach der frühen Schweizer Führung in Frankfurt fiel das von Niklas Füllkrug erzielte deutsche Tor erst in der Nachspielzeit. Im Achtelfinale am kommenden Samstag ist Deutschlands Gegner dann der Tabellenzweite der Gruppe C mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Im zweiten Spiel der Gruppe A besiegte Ungarn Schottland mit 1 zu 0. Soweit die Meldungen vom 24.06.2024.